Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Chinas Monolens. Gut, ClipDrap, mal gucken, wie das mit den diplomatischen Beziehungen jetzt geht. Warte, auf bitte, ich habe die anderen 40 Strophen noch nicht gesungen. Oh, Papa, Papa, Mumtens, Sopramen, etc. Ich war mir so sicher, dass die Friedenshymne funktionieren würde. Das war richtig schrecklich. Ich habe Leute nicht mehr so reagieren sehen seit... Naja, eigentlich erst seit kurzem. In den Tats. Ich nehme an, ich habe keine Wahlen. Ich habe mir geschworen, nie wieder so tief zu sinken. Ich werde meine echte Stimme verwenden. Na los, legen wir los. Was meint er mit echter Stimme? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. So, hier ist gerade Loot gedroppt. Ah, die haben sich einfach umgebracht. Okay. Ach, du bist dahinter. Allerdings habe ich hier noch einen Würfel. Den hole ich mir gerade noch. Wo, ich fürchte, der ist da oben drauf. Nehmen wir sie dahinter. Ja gut, es soll dabei gehen. Können sie hier nach oben begeben? Hui. Noch eins höher. Okay. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass der Apfel... Ach ne, hier ist er. Na dann. Danke. Die Chancen steigen. Ja, irgendwie... Wird es heute leider echt nichts. Obwohl, ja... Ne, ich glaube, wir haben wenig über 10 gehabt. Fast wie unsere letzte D&D-Runde. Da habe ich auch selten über 10 gewürfelt. Ach, hier haben wir dann ja genau. Hier ist dann noch das Ding. Das Rennen. Aber wir kommen uns jetzt erstmal um Claptrap. Mal schauen, was er mit seiner echten Stimme so reißen kann. Äh, wo bist denn du hin? Ah. Müssen wir doch hier rüber. Hm. Die sind noch feindlich. Dann räumen wir erst mal auf. Magisches Sperrfeuer! So, dann haben wir wieder. Jetzt wird weitergezaubert. Das war eine Königskrabe, ne? Ja, okay. Das heißt, ein bisschen schwere Geschütze. Kann sein, dass die Pistolen mittlerweile nicht mehr so wirklich was bringt. Aber hab halt noch nix großartig Besseres gefunden. Ah, da hinten ist Quimbel. Gut. Achso, Claptrap ist eh weitergegangen. Dann, da legen wir dich noch. Dann legen wir dich noch. Wo bin ich denn jetzt? Da. Da. Äh. Wir sind hier in die andere Richtung gegangen. Hier, glaube ich. Ja, ja, okay. Gut. Alles klar. Dann ist hier auch noch ein bisschen was mitzunehmen. Das ist die echte Stimme. Okay. Was ist los, Baby? Mmh. Zischel, zisch. Hast du deine Schuppen poliert? Oder strahlst du von Natur aus so? Sieh dir dieses Chassis an. Hey, meine Hübsche. Wenn ich einen Kiefer zum Ausrenken hätte, würde der jetzt auf dem Boden liegen. Oh, er ist heiß. Voll die guten Anmachsprüche. Hey da, Zuckerzählchen. Du kannst mit dem Beten aufhören, denn Claptrap ist hier. Ich weiß, du bist gewunden. Aber vielleicht können wir uns bei Verhandlungen entwinden. Oh, welch leckere Überraschung. Ja, warum rollst du nicht rein und wir besprechen die Details? Lass mich in etwas bequemeres schlüpfen. Wow, hey. Immer langsam, Schlangenmama. Kein Grund, ungnötig zu werden. Komm schon. Ich dachte, du wolltest verhandeln. Du kannst dir von mir wünschen, was du willst. Immer sachte Puppe. Dazu fehlt mir die entsprechende Konfiguration. Weißt du, ich habe mich noch nie an einem Roboter versucht. Komm schon, Blitzport. Oh, verdammt. Ich habe keine Zauberslots mehr. Ich muss hier raus. Oh, ho, 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 ho. Ich schätze, die Verhandlungen sind vorbei. Okay. War ein guter Anfang. Geben wir dir das. Du hast nicht um dein Leben gefläht. Wenigstens etwas. Hast du dich verlaufen, mein kleiner Leckerbruch? Sag dem Sensenmann, dass ich euch geschickt habe. Plaster! Meine Liebenstern. Entwunschung. Geschlechter. Unsere Schwester wird es eben nicht. Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Ja, stimmt. Ich entledige mich dieser Schatten. Für etwas größeres. Du bekämpfst. Für eine Glatzaunz. Okay, das war doch relativ erfolgreich. Hilfe! Hol mich hier raus. Hilfst du einem Roboter? Bruder mal aus der Klemme. So, ich glaube, wir schmeißen mal ein paar Sachen weg, die jetzt nicht so wertvoll sind. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und schmeckt scheißlich. Das ist okay, Anakin. Teufel auch. Diesmal stecke ich ganz tief drin. Und that's what you said. Okay, bevor wir dich suchen, hole ich mir erstmal die... Müsste hier sein. Jawohl. Schriftrolle. Okay, jetzt stehe ich dumm da. Das hohe Pantheon hat den leere Gott Drill tatsächlich niedergestreckt und unsere Stadt in die abgründige Tiefe versenkt. Aber ich denke nicht, dass es meine Schuld ist. Eigentlich glaube ich, dass Kazaras negative Einstellung alles vermasselt hat. Weißt du was? Ich werde Drill einfach weiter anbeten und niemand kann mich daran hindern. Ja, die Kazara. Kannst halt echt nix machen mit dir. Gut. Ich glaube, wirklich, mittlerweile kann ich die 3000 daneben. Ähm, nö. So, wo bist du jetzt abgeblieben, Clap-Trap? Ah, hier drinnen, wie mir scheint. Ah, hier ist aber noch ein Würfel nachher. Gut. Dann gehen wir mal auf die Suche. Kann ich hier rüber springen? Ja, schön. So, von Krabbenbüll. Wacht. Hm, gut. Wieder was wegwerfen. Auf jeden Fall was wert. Ähm, das ist was wert. Guck'n das Wald hin. Bei Gelegenheit noch mal so ein Verkaufsautomat finden. Gut, dann, Mensch, den Würfel noch abhaken. Ich hoffe, das ist der Vorletzte tatsächlich. Das ist sehr schön. Matrose, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hilf mir, der Sand verstopft mir die Filter. Ja. Machen wir. Wir erledigen erstmal die Krabben noch. Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Okay. Ungut. Gipfel. Ja. Gerade schon ein bisschen Panik, dass ich nichts habe zum Wegschießen. Ich treffe immer. Autsch. Das war knapp. Ich bin ein bisschen Panik. Na komm, jetzt haben wir dich aber. So. Du musst nur was sagen. Ernsthaft, noch ein Wort mit dieser Stimme und du kannst was erleben. Was für ein Pass. Nun, ich denke, wir sollten Quimble die guten Neuigkeiten mit sein. Okay. Dann hier nochmal kurz durch. Sachen zum Verkaufen markieren. Und auf geht's. Hui. Du wirst diese Gewundenen hier nicht mehr rumkriechen sehen. Also sind die Verhandlungen gut verlaufen? Hat Diplomatie funktioniert? Wie ein Stufe Neu-Blitzbringer. Das war eine Katastrophe. Wie gesagt, ich habe mich darum gekümmert. Ah, ich verstehe. Nun, solange ich wieder in Ruhe arbeiten kann, bin ich zufrieden. Guck dir mal. Hm. Jetzt, wo keine Feinde in der Nähe sind, kann ich mich endlich mal ausruhen. Mach das. So. Das gab noch eine Knarre. Na. Na. Ah ja. Okay. So. Dann haben wir, glaube ich, jetzt laut... T-t-t-t-t. Nebenquass abgeschlossen. Ja. Fehlt noch eine Gedichtszeit, der Rundschalter und ein Glück. Okay. Das sollte machbar sein. So. Der Rundschalter war, glaube ich, hier oben. Ah, die sind alle da oben in der Ecke. Okay. Hm. Dann setze ich mir mal einen Wegpunkt. Hier, ne? Ja. Kommen wir wahrscheinlich am besten darüber. Wohl. Hm. Das könnte funktionieren. Aber ich glaube, ich verkaufe erst mal eine Runde. Also, das heißt, vielleicht habe ich ja Glück und finde hier noch irgendwelche Verkaufsautomaten. Das Inventar ist halt doch sehr, sehr voll jetzt. Hm. Ich habe hier halt aber auch nichts zum Schnellreisen. Hm. Ne, ich glaube, verkaufen ist mir zu viel um den Weg. Hm. 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 Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Okay. Das sind mehr als ich dachte. Schlecht gekämpft, aber gut gestaubt. Aber gut, dann legen wir die noch schnell und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ja. Magischer, geh schosser. Magischer, geh, schosser! So, gib ihm. Das ist so lange gedauert, ob es hier mal was, was Goldnes droppt. Wundert mich aber auch so ein bisschen. Oh. Ja, ich glaube, dann werden wir dich jetzt mal austauschen. Schick. Ja, alles klar. Ich bleibe mir mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.